Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Jetzt wollte ich Chaos hat Noah sagen. Also irgendwie ist das so eine Sache, dass ich immer die falschen Sachen anmoderieren möchte. So, wir haben ja das erste Mensch gewonnen gehabt. Die beiden danach leider verloren. Wobei das dritte dann doch schon knapp war. Mit der Niederlage. Mal sehen, wie jetzt die beiden Matches verlaufen. Oh, weniger. Ich bringe euch Serenity. Zeit, um zu beginnen. Okay. Du kommst raus und ihr seid mit mir beide zu teuer, beziehungsweise möchte ich jetzt noch nicht haben. RoboPub ist eigentlich schon mal ganz gut, aber nicht das, was ich jetzt gerne haben möchte. Müsste ich auch sehr sagen. Hm. Nee. Auch nicht so ganz das, was ich jetzt haben möchte. Und das ist jetzt natürlich ehrlich, dass ich ihm jetzt die Chance gebe, Raph und so zu gucken. Oh, sorry. Das ist echt... Kommt, gib mir jetzt irgendwas hin und weg damit ich... Hm. Oh, naja. Das ist da jetzt gar nichts, damit ich überhaupt irgendwas spielen kann. Ah, shit. Nee. Damit habe ich dort wenigstens jetzt ein bisschen report unter Kontrolle gebracht. Auch wenn ich mir befürchtet, einfach mal nicht so viel bringe. Mhm. Okay, das ist für mich tatsächlich ganz... Okay, das ist jetzt natürlich nicht so gut. Hm. Hm. Bring mir gerade nicht so... Verdammt. Oh. Ich habe nur noch 8 Lebenspunkte, das heißt, ich muss jetzt... Ich habe auch noch einen Ancient Relic, das ist ganz gut, dass ich damit weiterpushen kann, damit kann ich auch den Schwerstiger machen. Au. Die hat das dann ganz sehr unangenehm für mich. In der Kruppus steht da... Hell. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay. Hm. Mit dir kann ich mich nicht heilen. Verdammt. Wort hast du nicht. Hm. Ich muss den hier spielen, weil ich die restlichen Sachen... ging mir nicht so schnell. Aber ich habe halt die Befürchtung, dass ich jetzt tot bin. B... Ja, das war... Er honnert alle Celestial-Bereine! Die Macht der Mortalität. Okay, gegen Shadowcraft. Okay, du kommst schon mal raus, weil dich möchte ich später haben. Du, dich möchte ich eigentlich auch jetzt noch nicht haben. Das ist schon mal ein bisschen besser, aber ich würde mich schon freuen, wenn ich noch mal etwas Besseres ziehen würde. Ja, schon mal besser. Oh, verdammt, ich hätte das zuerst machen sollen und dann... Ich hätte das zuerst mal sollen und dann angreifen sollen, verdammt. Na gut, ist das halt so. Ja, ich werde das zuerst machen. Ja, ich werde das zuerst machen. Ja, ich werde das zuerst machen. Es ist meine Aufgabe. Oh? Hm. 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 Ich sollte wahrscheinlich einfach schauen, dass ich möglichst viel Schaden jetzt auf die Erde noch gehe. Oh, Mist. Ich werde das zuerst machen. Ich werde dich wieder kommen. Ich werde dich wieder kommen. Hm. 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 Ich werde das alles nicht so optimal. Nein. Da kann. Da kann ich nicht mal was vernünftig spielen. Da kann ich nicht mal was vernünftig spielen. Ich hätte zur Fabble boyd spielen können, aber das hätte mir nichts gebracht. Genau so wenig wie alles andere da hat. Ultraplane hätte mir da sowieso nichts gebracht, wegen... ...den zu banischen, dafür lohnt sich nicht, da ich den zu spielen. von was sie nicht haben können Ich werde wahrscheinlich gleich ancient relics spielen Die promisee soul, die vorhin! Die promisee soul, die vorhin! Boil Vielleicht fang ich auch doch erstmal hier mit an Nächsten zu kann ich dann mit Dany Marinette schon anfangen und Puppet Tret not Let's keep it moving Äh Wie kriege ich den jetzt am besten hochgebufft? Scheiße ey Okay dann Okay dann geht's Okay dann geht's Hey! Eyes on the flag! We've got you Completely memorised Ich bin mir jetzt 100% sicher dass ich tot bin leider Hey komm Mhm Und jetzt bin ich dort Wetten Was, die The power of mortality Uff Naja Zumindest habe ich insgesamt einen Sieg geholt Hmm, Emelien, Wrath, Godwurm knuffig aber da nix so großartig dabei und dann noch mal schauen was der hier und dann wird noch der da ist auch nix dabei ok auch nicht so viel ok ich hatte ja nicht so viele packs dieses mal gehabt dann bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao